hallo und willkommen zu einem neuen video in soulmask mit dabei ist der andreas hallo wir wollen heute ins schneegebiet wir wollen nämlich stahlrüstung machen und dazu müssen wir mammuts jagen für das dickfell mystisches portal schneegebirge hast du auch ne glaubt um den see waren die ja gut dann nehmen wir das wir waren nämlich schon im riesenwald mammuts jagen aber das war das verkehrte feld so genau ich komme hinter dich wir haben da so eine schöne taktik hier müssen wollen wir die hier stehen lassen ja da ist ja das erste was ein wölfe kannst du mir mal erzählen was die gemacht haben damit ich da jetzt unten bin nur angesprungen oder war jetzt gibt es euch aber hier ja verpiss dich ich glaube das war nur bestienhaut ne so und zwar das ist mein piepenhatz da war und zwar machen wir das so der andy hittet den an und zwar von hinten und ich schieße ihn dann immer in die kopf wenn es geht weil wir uns sonst ansonsten immer gegenseitig behindern jetzt habe ich natürlich genau vor jetzt habe ich natürlich genau vor ihr seht sie sind nicht einfach aber wir brauchen das feld für strahlrüstung wenn man denn dann immer den kopf treffen würde aber man darf nicht vor ihm stehen das ist tödlich deswegen seht ihr schön wie das funktioniert andy läuft hinten rum und hittet ihn in den und ich schieße von der seite aus gebühren im abstand in den kopf und so funktioniert das ganze zu zweit jedenfalls solo dauert dann ein bisschen länger kann man einen hit am arsch machen muss sofort wegrollen aber sie ist ja hier der andy tanzt tanzt mit dem walzer und ich kann schön von der seite her der mensch machen so dann schauen wir mal waffen wäre vielleicht nicht schlecht ob wir das richtige haben premium dickfell kadaver stück bestienfell kadaver stück bestienfell ist das das bestienfell ich weiß das nicht mehr ich glaube ja also premium dickfell kadaver stück das müsste doch auf jeden fall sein für für die stahlrüstung ich würde sagen wir machen so fünf stück da hinten ach so dort ist ein barbaren camp oder sowas plünderer genau gegenüber ja das war natürlich wieder klar dass ich im wasser lande hat also also jetzt ich jetzt ich so ich glaube ich sollte mal einzige kälte ich sollte mal als schokolade trinken was haben wir denn noch gegen kälte dass mal gift bittere kälte das geht eigentlich bittere kälte so komme ich jetzt hoch ja du bist auch da ich bin hier oben hier oben ist noch eins hier oben ist noch eins achter gut dann ist aber auch gleich 63 2146 41 41 41 41 41 41 41 42 42 43 43 43 44 44 44 44 44 44 45 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 46 45 46 Dann sieht es wirklich aus, als wenn du mit dem tanzst. Tust du ja auch eigentlich. So, ein Hit noch. Jawohl. Gut, bin fertig, kann losgehen. Ich glaube, es ist das Gefährlichste, wenn er sich so blitzschnell dreht. Wenn er sich so dreht, ja. Und das Blinken zieht viel ab, wenn du drankommst. Dieses Leuchten. Angst habe ich nicht, aber laufen kann ich. Jetzt könnte man noch so eine Melodie einspielen hier, so ein Wiener Walzer oder so. Da-da-da-dum, da-dum, da-dum. Aber ist genau die richtige Taktik, oder? Ja. Wenn wir beide hinter dem stehen würden, ich glaube, ja, Solo geht der auch. Dauert nur länger, ne? Ja. Das war Nummer 3. Ich glaube, 5 Stück sollten dann langen. Ja. Als nächstes kommt Elite. Da müssen wir dran vorbei. Ich glaube, da ist eine Harp hier oder sowas in der Mitte. Ja. Gucken, ob ich die erwische. 4000. Oh, koi. Die hat nur noch ein Witzel können. Hast du sie, ja. Super. Ah, da, drüben. Komm, jetzt macht er irgendwie hier hoch. Sie friert, sie friert, sie friert. Hast du das schon angehettet? Ne, ne. Der steht richtig scheiße. Ja. Der muss aus der Lücke raus. Sonst sterbe ich. Ich Neu. Tschüss. Nein. Mmh. Hm. Nee. Wah. Nee. 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 Uhm. Oke. 767 Schaden. Profile, das ist nicht viel. Ja, wahrscheinlich war das Dick heute auch nicht, ne? Nehme ich mal an. Weil da 1027, bei der Hap hier war es eben 4000. Oh nein, ich bin down. Ups, ich auch. Auf mich ist er hingelauft. Jetzt hängt das Mammut im Eis. Im Wasser. Das ist immer gut. So, ich lebe wieder. So, vielleicht kriegen wir es jetzt mit. Mit Pfeilen down. Oh. Damit habe ich nicht geregnet. Im Moment kommt es da nicht hoch. Wenn ich gleich oben bin, versuche ich mal mit dem Speer in den Hintern. Achso. Guck mal zu dir hoch hier. Was hat mir da denn jetzt Aua gemacht? Dass bei mir Blut gespritzt ist. Bleib mal so stehen. Ich versuche mal. Ich versuche mal. Wer kommt? Ich versuche mal. Ich versuche mal. Okay. Ich habe ihn in den Hintern gepikst. So einen noch und dann gehen wir ins Zelt. Da hinten ist noch einer. Ich weiß nicht, ob du mit dem tanzen kannst. Welchen Level hat der? 61. 60. Mammut. 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 Jetzt geht es. Das ist die richtige. Ja. Da hinten. Der füllt da mit diesem goldenen Schild oder was er da kriegt, füllt der seine Ausdauer wieder auf, ne? Okay. Habe ich gerade gesehen. 1100 Grid. Jetzt hat er keine Ausdauer mehr. Jetzt hat er wieder. Jeder Pfeil zieht ihm Ausdauer ab. Ach, Leben auch. Okay, okay. Dann passt das ja. 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 Heißt du, Schokolade hält noch drei Minuten? Wollen wir außen rumrennen oder schwimmen? Ich glaube, schwimmen geht schneller, ne? Ja. Wir können dann ja sofort abhauen. Wir gucken erst mal, wie viel da, ob das langt. Dann ist auch eine Folge voll hier. Ja. 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 So, das müsste meiner sein. Ab nach Hause. Und dann gehen wir ins Gift-Dungeon. Das zeigen wir euch dann auch. Und zwar in das zweite Gift-Dungeon, Dschungelhöhle. So. Dann schauen wir mal, ob das das Richtige ist. Wir brauchen war das jetzt hier da. Für die Stahlhose brauchen wir edles Dickleder. So. Edles Leder. Edles Dickleder. Dafür brauchen wir wir haben kein Mammut-Fell gekriegt. Und wir haben keine edle, dicke Bestienhaut. Wir haben nämlich Bestienfell gekriegt von denen. Edle, dicke Bestienhaut. So. Dann mal gucken, ob hier wir was machen können. Das sind noch die verkehrten. Andreas. Wahrscheinlich Elite-Mammuts, ne? Ja. Möglich. Möglich. Premium-Dicke Bestienhaut nicht, sondern edle brauchen wir. Seltenes Dickfell-Kadaverstück. Tja. Das ist nicht das Richtige. Edle, dicke Bestienhaut. Das ist noch nicht das Richtige. Aber wir haben schon mal seltenes Dickfell-Kadaverstück. Haben wir nicht gekriegt. Ich habe ja alle geschlachtet. Wir haben Premium-Kadaverstück gekriegt. Premium-Dickfell-Kadaverstück. Da können wir hier da können wir hier jede Menge Premium-Dicke Bestienhaut machen, aber es ist noch nicht das Richtige für die edle-Dicke Bestienhaut. Seltenes Dickfell-Kadaverstück. Also irgendwo haben wir schon mal was gekriegt, sonst hätten wir nicht zehn Stück gehabt. Schade. Schade. Ja, weitersuchen. Wo wir das... Ich habe echt gedacht, wir kriegen das von den Mammuts. Weil die ja schon so 60 sind da. Ja. So, eine Eisenhose ist kaputt. Jetzt müssen wir uns ausstatten für Gift. Ich sage schon mal an die Zuschauer, schönen Dank für das Zuschauen. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sind weiter auf der Suche, damit wir Stahlrüstung machen können. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn wir in das Dungeon gehen, und zwar ist das das hier oben. Muss das sein. hier bei dem Portal Dschungelhöhle. Da wollen wir dann rein und wollen dann in die heilige Ruine. Bis zum nächsten Video. Sagen Andreas und Balu Tschau, Tschau, Tschau. Tschüss. Gut.